Ja, der hat schon zwei Läufe hier in Tokio in den Beinen. Kleines Handicap, aber auch schon mal die Abläufe alle mitbekommen. Vor ihm der Starter aus Botswana. Isaac Magwala, ein ganz starker und der lebt sofort los wie die Feuerwehr. Also an dem kann er sich nur schlecht orientieren, der ist eine Nummer zu groß. Marvin Schlegel, 23, macht das richtig gut in diesem Jahr. Nur Dritter der Deutschen Meisterschaft, war eigentlich als Favorit nach Braunschweig gefahren. Jetzt sind die US-Amerikaner aufgelaufen mit Trevor Stewart und vorbei. Noch die Kurvenvorgabe für Botswana, aber die Vereinigten Staaten jetzt schon in Führung. Marvin Schlegel hält sich wacker, kämpft auf den letzten 50, 60 Metern, muss knautschen, um hier nicht einen großen Rückstand hinnehmen zu müssen. Botswana und die Vereinigten Staaten fasst gleich auf, dann Deutschland.